Wollny-Fans erwartet eine Überraschung, denn wie Jeremy Pascal Wollny jetzt verraten hat, wird er am Wochenende gemeinsam mit seiner Mutter vor die Kamera treten. Bei den Wollnys ging es in den letzten Wochen turbulent zu. Kalanta Wollny stritt mit ihrer Familie, Vorwürfe wurden erhoben, schlecht Neuigkeiten überbracht. Punkt zuletzt drehte sich alles um die Sorge um Sylvia Wollny, die wegen gesundheitlicher Probleme alle Termine absagen musste. Punkt doch es gab auch schöne Ereignisse. So vermeldeten Jeremy Pascal Wollny und Sylvia Wollny im Februar 2024 überraschend ihre Versöhnung. Punkt und die Harmonie hält an. Das beweist ein Foto vom dritten Geburtstag der Zwillinge Omari und Casey, zudem sah Rafina Wollny und Ehemann Peter auch den Onkel ihrer Kinder und seine Verlobte Celine einluden. Sylvia Wollny und Sohn Jeremy Pascal kündigen gemeinsamen Livestream an. Punkt doch damit nicht genug. Wie der drittälteste Sonder-TV-Familie nun exklusiv gegenüber TV-Movie verraten hat, wird er am Sonntag, den 2. Juni, erstmals seit vielen Jahren zusammen mit seiner Mutter auftreten. In einem gemeinsamen Livestream, der auf einem oder mehreren Social-Media-Kanälen der beiden übertragen werden soll, will das Duo eine Reihe offener Fragen klären. Punkt was genau Gegenstand des Internet-Tux sein wird, ist noch offen, doch Wollny-Fans können sich darauf gefasst machen, dass Dacheles gesprochen wird. Punkt wer Sylvia Wollny kennt, der weiß nämlich, dass die 59-Jährige kein Blatt vor den Mund nimmt. Und auch Jeremy Pascal hat Lust, ein paar Dinge aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Wie kam es zur langersehnten Versöhnung? Viele Jahre lang waren Jeremy Pascal Wollny, Mutter Sylvia und ihren Töchter Sarah Fina, Silvana und Co. zerstritten. Dazu, wie es schließlich zur Aussprache kam, ist aktuell noch wenig bekannt. Punkt im September 2023 näherte ich mich nach Jahren des fehlenden Kontakts wieder meiner Familie an. Insbesondere mit meiner Mutter entstand eine erste Annäherung. Es fanden einige erste unverbindliche Treffen statt, in denen man versuchte, sich wieder anzunähern und alte Differenzen zu bereinigen und beizulegen. Punkt nach Wochen der Annäherung wurde auch der Kontakt zu meinen anderen Familienmitgliedern wieder enger, hatte Jeremy Pascal Anfang des Jahres in einer Stellungnahme bekannt gegeben. Punkt etwaige Lehrstellen dürften sich nun endlich füllen, wenn sich der 27-Jährige und seine Mutter am Sonntag im Livestream gegenüber treten. Am Sonntag treten Jeremy Pascal Wollny und Mama Sylvia erstmals seit Jahren gemeinsam vor die Kamera. Eine genaue Uhrzeit für die Übertragung steht noch nicht fest. Wer das Gespräch nicht verpassen möchte, sollte sowohl den TikTok-Kanal Jeremy Pascal Wollny als auch die Instagram-Kanäle der Familie im Auge behalten. Punkt Sylvia und Jeremy wollen dort zeitnah bekannt geben, wann es losgeht. Über eine halbe Million Menschen könnten die Bildschirmreunion dann verfolgen, denn Jeremy Pascal hat allein auf TikTok 35 100 FollowerInnen und Follower vorzuweisen. Auf Instagram bringen es Sylvia Wollny und ihr Sohn gemeinsam auf sage und schreibe 570 000 AbonnentInnen